Was ich jetzt kurz im Video einbauen könnte, muss ich gleich schlafen, ähm, hast du noch eine Idee, was ich dann machen könnte, wenn ich das Geld habe. Da rüber, was ich mache, wenn ich das Geld habe. Ich mache, wenn ich das Geld habe. Ja, beschränkte Themen, aber irgendwas muss man hier haben, ne? So, kannst dich beim Anwenden. Guck mal, wo wohnst du? Oh, okay, das hat sich hier. Oh, schön. Ersteck Emotionen. Schön, ne, nur schön. Hm, das O ist irgendwie fehl am Platz. Naja. Jetzt ist es zu spät. Es ist abgeschickt. Jeder kann es lesen. Und dann werde ich jetzt melken. Und dann erstmal kaputt machen. So. Slash Stadtbauer und Kürmeck. So. Die wahrscheinlich monotonste Aufgabe, die man hier im Spiel überhaupt machen kann. So ziemlich. Ähm, naja, obwohl... Na, wenn man fährt, muss man wenigstens nicht warten. Oh Gott, ist das weit weg. Na, das dauert halt immer eine ganze Weile, wenn man laufen muss. Wenn man fährt, geht das zum Glück alles ein bisschen schneller. Äh, hat er mich jetzt hier allein gelassen. Okay. Hey, noch ein bisschen weiter und ich falle um. Okay. Kuh Nummer zwei. Und... Ah, eine Kuh nahe bei mir. Das ist aber schon... Oh, da hinten war was. Was rotes. Ja, stimmt. Ich will ja noch, dass ich viel was am Haus anmiete. Erstmal die Kühe umfahren. Lol. Was ist so? Okay. Das war irgendwie eine komische Animation. Die Bank kann jetzt wieder ausgehobt werden. Ja, das freut mich direkt. So. Kuh wird gemolken. Die nächste auch gleich. Hälfte haben wir ja schon. Geht ja einigermaßen schnell, ne? Wo ist die? Ach, da hinten. Hey, ich stecke in der Kuh drin. Und da ganz hinter. Ja. Ja. Die spannende Aufgabe, die man machen kann, aber... Naja. Es geht ja ums Geld, ne? Immer geht alles ums Geld. Ja, falls ihr noch irgendwie Vorschläge habt, jetzt noch wegen der Audio- oder Videoqualität, dann schreibt mir die doch bitte mal in die Kommentare, weil... Ja. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich noch was beim Mikro verändern. Vielleicht muss ich noch ein bisschen was an meinem Zimmer aufkleben, weil... Meine Wände ist noch ziemlich leer. Das heißt, ähm, ja. Wenn ich etwas lauter bin, könnte es hallen. Und... Ja, sowas halt dazu. Wenn ihr davon was mitbekommt, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, damit ich weiß, wie ich meinen Kanal noch besser machen kann. Ja, damit eben auch euch die Videos besser gefallen, ne? What the fuck? Oh, da ist Bunga Bunga. Auf jeden Fall bester Name im ganzen Spiel. So. Das sieht aus, als würde der Melken und die Milch gleich trinken. Ja. Es ist ja kein Wunder, dass man da Geld bekommt. So. Gute Arbeit bringt nämlich zu mir stand. So, was ich noch kurz sagen muss. Falls irgendwelche Hintergeräusche auftreten sollten, die jetzt nicht... Äh. Ja. Wo man halt... Die nicht jetzt irgendwie gerade vor mir kommen. Äh. Lol. Dann könnte es daran liegen, dass man natürlich... Meine Schwester gerade Besuch hat. Ja. Dann könnt ihr euch jetzt mal fragen, warum nehme ich denn dann auf? Das liegt daran, dass ich jetzt die Wahl hatte zwischen... Meine Schwester hat Besuch oder meine Mutter ist da. Also die Wahl zwischen... Du hast 4000. Ah, geil. So, also die Wahl zwischen... Ich habe Geschrei in mein Zimmer oder ich habe Geschrei außerhalb von meinem Zimmer. Ne? Und ich denke... Da auszuwählen ist ziemlich leicht. So. Dann jetzt erstmal wieder zur Bank. Und jetzt... Wieder... Zur Bank. Dass ich das Bankkonto habe. Und dann miete ich mich ein. Mit einem schönen Smiley. Okay. So. Schön mit Nitro. Immer schön an die Verkehrsschrift halten, ne? Ist klar. Das ist natürlich auch schon eine ganze Weile auf dem Zuhörspiel. Na, die 49. Mal gucken. 49. Level... Ach, du heilige Scheiße. Level 12. Okay. Okay. Es gibt auch Leute, die über drei ein bisschen mehr, ne? Aber... Level 12 ist auch schon... Krass. Ja, ich sag mal krass. So. So. Ein Schritt tanken gehen. Lol. Das Benzin, das geht ja weg wie sonst was. Mist. Habt ein Bug. Ähm, okay. Und... Time-Bug war irgendwas Schlechtes, glaube ich. Äh, ja, ja, ja. Ja, jetzt bin ich aus der Plus-Taste gekommen. Was passiert, wenn ich zu schnell schreiben will? Was war noch... Ich fragte mal kurz. Ähm, was ist Time-Bug? Das wusste ich mal. Äh, wo ich noch auf L&T gespielt hab. Aber jetzt... Das ist auch schon jetzt ziemlich lange her. Oh Gott. Die Zeit vergeht so schnell. Okay. Ich hab das echt vergessen. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, dass es noch irgendwo da hinten in meinem Kopf schimmert. Schimmert? Nein, das schimmert. Ich glaub nicht. Schwebt. Fließt. Äh, okay. Achso. Wegen einer schlechten Internetverbindung. Vermute ich mal. Oder bei falscher Internetverbindung. Na, was heißt falsche Internetverbindung? Wenn halt gerade irgendwas mit der Verbindung zum Server nicht passt. Da öffnet sich halt nichts mehr. Da kann man nichts mehr machen, ne? So. Das war's. Da steht nochmal klären. Oh Gott. Ja, ne? Ist klar. Ähm, so. Ich versuche jetzt übrigens auch, falls ihr es hier schon gehört habt, nicht mehr ganz so offensichtlich mit dem Stuhl zu quietschen. Bei längeren... Ne, ist klar. Bei längeren Aufnahmen wird es unausweichlich sein, damit... Also ganz ehrlich, ne? Weil... Ich früher oder später... Äh... Früher oder später ist es einfach unbequem, hier zu sitzen. Und... Ja, dann schorkel ich mal ein bisschen hin und her. Das dürfte man ziemlich gut mit dem Mikro hören. Ich kann's nochmal machen. Vorführeffekt. Jetzt geht nicht. Kaka. So, kurz warten. Jetzt gucken wir, wie viel kostet sich die Mieten. Mietpreis 100. Haus mieten. So. Was soll wir ins Haus sagen? Miete. Slash spawn change. Moment. Miet, 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 miet. Kann ich das aufnehmen? Kann ich das aufnehmen? Komm schon. Warum drücke ich C? Ich weiß nicht. Ich hab das mal in dem Video gesehen. Passiert nichts. Ach. Okay, dann halt nicht, ne? Ist auch gut. Ja. Ne, wie gerade, falls man das gehört hat. Ich weiß nicht. Also, ich hab das Mikrofon jetzt auch erst seit ein paar Tagen. Und ich weiß noch nicht, was man da hört, was man nicht hört. Was Störgeräusche sein könnten, was keine Störgeräusche sein könnten. Wie gesagt, das muss ich jetzt alles erstmal so ausprobieren. Äh, ja, vielleicht noch ein bisschen was ändern. Jetzt ist er wieder da. Vielleicht noch ein bisschen was ändern mit der Lautstärke und so. Das ist ja alles veränderbar. Und, ja, dann mal gucken, ne? Oh, das geht mit dem Befehl. Und, ja, dann mal gucken. Dann dürfte die Audioqualität bald ziemlich gut sein. Warum ist eigentlich alles von dem Rot? XD, okay. Das fahr ich dann gleich mal. Wenn wir fahren. Warum sind eigentlich alle deine Fahrzeuge rot? Beste Antwort. Na wohl. Ist eigentlich eine gute Antwort. Ich glaube, ich werde auch, sobald ich... Ähm... Warte mal, das kann man... Ah, okay. Dann mach ich schnell. Slash Automat. Einrichten. Haha, ich bin reich. Jetzt... Warte, was? Das heißt, ich brauche Geld auf der Hand, um ein Konto einzurichten. Aber das wird dann gar nichts gleich aufs Konto getan oder irgend sowas. Okay. Okay. Okay.